Traumwagen zum Einkaufspreis 2.4. Nachteile 1.5. Fazit zum Leasing 2.3. Reimport ins Euroland 2.1. Über Umwege in Ihre Garage 2.2. Kleine Fibel des Reimports 2.3. Vorzüge 2.4. Nachteile 2.5. Fazit zum Reimport 3.1. Import von Übersee 3.1. Amerikanische Träume auf vier Rädern 3.2. Hilfsanleitung für den weiten Weg 3.3. Vorzüge 3.4. Nachteile 3.5. Fazit zum Import 4.1. Aus Alt mach Neu 4.2. Der Weg zum Tausch 4.3. Vorzüge 4.4. Nachteile 4.5. Fazit zum Autotausch 5. Rabatt auf Autoträume 5.1.